Sehe ich das richtig? Bist du drin, Sana? Sehe ich das richtig? Wir warten noch auf Sana und Smiley. Ich hab Schaden genommen. Fängt an. So hat noch Stunden. Kann man Sachen vom Boden irgendwie aufheben? Waffen oder so? Ja, kann man drüber laufen. Erwin schießt auf mich! Wo ist Erwin denn? Ist es Erwin? Keine Ahnung, ich hab Schaden genommen. Wer ist das hier? Bingo? Bin ganz woanders. Ich hab ne Waffe. Also hier liegt ein Stein. Naaat. Jemand hat auf mich geschossen, ich hab Schaden genommen. Und? Noch nicht viel, aber das sind so nicht Nachfragen. Und? Sonst heißt es wieder, wo hast du Schaden her? Warum hast du Schaden? Ja, weil... Geh weg Meter! Kann sein, dass, falls man einem Leuchtturm entgegenkommt, ich ihn stunne. Weil ich bin schreckhaft. Es liegt ne Leiche, hier ist mit neid. Verlust! Mit neid. Wurde durch, warte, durch ne Shotgun getötet. Wer hättest du zuletzt gesehen? Äh, hab ich nicht geguckt, warte. Alter! Vertrau heute, ja. Ähh... Warum bist du verletzt? Ähhhhhh... Ah, komm du Scheißleiter! Weiß ich nicht. Ich frag mich immer noch Wochen, wenn ich bei Garrys mit keinem Ton hab. Ähh... Da und aussteht! Eigentlich hab ich ihn an. Hallo Pika! Hallo! Oh, der Shotgun. Die nehm ich mit. Oh. Wer ist denn das? Wer ist denn da unten oder auch? Moment! Einmal nicht wundern, ich schieße. Aber nicht auf dich. Bingo! Jemand schießt! Er ist es! Ja, ich war's. Kein Problem. Ich hab nur geguckt, ob mein Zwang hochgeht. Bingo, bist du böse? Nein, bin ich. Kann ich mir reflektieren oder schießt ich da? Smart! Wenn du zielst, schießt du noch nicht. Okay, gut. Hi Smart! Hallo? Ja, wenn ich halt so grad angucke. Lalala, mal gucken was da richtig passiert. Äh, das hab ich ausgesehen heute mit Piko abgezogen worden. Also. Ups. Einfach ein Headshot tot. Ich hab ne Leiche gefunden. Hallo Smart! Bingo, läuf ich jetzt da her? Was ist das für den? Ja. Okay, dann nicht. Irgendwo ist ein Turret. Ich hab ein Turret. Aber wenn ich irgendwo einsam rumlaufe, ist das doof. Dann würde ich zu eisern. Irgendjemand hat irgendwo ein Turret gestellt. Ich weiß noch. Das haben wir grad gesagt. Das ist irgendwie verrückt spielt. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do! Kommt näher. Sieh's mal auf das Fass rein. Ok, ich hab aufs fass geschaltet. Es war schon tot?! Viele Menschen brauchen love, es gibt auch Fässer die explodieren. Deswegen wollte ich ja drauf ちaten! Ineкий ist irgendwas los! Was heißt der Ausgang? пит temperature! Trepper, Richtung Trepper. Hallo, Turret. Vorsicht, Tork. Guten Tork. Ich seh'n ja nicht bei Fortnite, ja. Ey! Erwin, 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 Erwin. Er ist gestarrt. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Sehr gut. Ich vertrau' Pico, Pico hat davon geschossen. Pico ist tot. Ihr müsst mich rächen. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay, danke. Er lebt noch, Pico und Meta, Nick. Das muss ich aber sagen. Meta, Nick und Shelloth, er lebt noch. Ja. Und Smart halt. Aber Smart ist der Detektiv. Meta, Pico, Smart. Ich bin Pico, Smart. Ja! Wie viele Runden sind's noch auf der Map? Äh, warte, ich guck mal. Sieben. Oder 50, äh, 50 Minuten, genau. Ich denke eher 50 Minuten. Meta zählt, verdächtig. Oh, das wär gefallen, wer war das? Ja, das wär ich. Ich kann die Stimmen noch nicht alle. Ah, Metakiller, bitte. Ne, ich wollte nur den Namen lesen, deshalb. Ich kann die Stimmen noch nicht alle. Weiß nicht, wem man hier vertrauen darf. Also Pico, Pico ist proven. Pico darf nur vertrauen, okay. Ne, aber Shadow, geh weg. Also Karma ist immer böse, das ist ganz egal, was er vorgibt zu sein. Schnauze, Dodo. Hör auf immer, um mich zu laufen! Metakiller. Und das wäre auch mal schön, wenn du mich dicht bei meinem Nachnamen rufen würdest, wenn ja andere Menschen noch drin sind. Ja, Entschuldigung. Gustav! Ja? Auf mir hinterher zu laufen. Die Spectenter können Sachen annehmen, ne, Pingo, weißt du was? Was? Das stimmt ja. Ich hab'n Verdacht auf Metakiller, der zielt immer so. Ja, der zielt immer so. Du kommst mit der Schrotwinte auf zwei Meter auf mich ran und zielst mir in den Kopf. Was soll ich dazu sagen? Du ziehst ganz Zeit auf uns. Bist verdächtig. Ja, man muss ja vorsichtig sein, falls jemand schießt. Hallo, geh weg. Ich will mal kurz was ausprobieren. Ja, natürlich. Pico, gib mir Rückendeckung. Alles klar, ich schieß den Rücken. Und wer wollte mich hier mit dem Steiner schlagen? Steiner, geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Ich spektate den Stein. Lass auf dich drauf, keine Angst. Alter, wie krass das einfach war. Aua! Der Stein! Komm, wir schmeißen den ins Meer. Ja, der kommt aber wieder. Meta ziert da hinten auf uns. Das machst du sowieso immer. Ich vertraue Shadow noch nicht einmal. Ich auch nicht, so wirklich. Shadow ist immer so hinterfurtig, der tötet einfach nach 15 Stunden. Beat night, come meet. Hi Smart. Hi Blood draw. Hi Milter. Hi Milter. Alle hier! Mein Gott, du hast den Stein getötet. Ich hab den Stein getötet. Äh, der ist schon wieder hier! Störbstein! Hallo, hier. Das ist ein Fahrrad. Hä, wie ist der erste Zug gekommen? Du darfst geile Milter laufen und so was von überall geschossen. Wow, 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 wow. Was? 2 Slams am Fahrstuhl. Was ist das? 2 Slams wurden am Fahrstuhl platziert. Achso, hier hat grad irgendjemand geschossen, wer hat geschossen? Ich hab auf der Zweirad geschossen. Achso, wir haben noch mal los. Ich tippe auf Nick, ich tippe auf Nick. Wieso? Traitor. Hallo Stein. Du warst die ganze Zeit nicht bei uns und als ich das letzte Mal danach lang gelaufen bin, äh, waren da noch keine Slams. Ja. Kann ja auch irgendwo hinterm Leuchtturm gewesen sein. Kann man die Slams eigentlich auch abschießen, dass sie kaputt gehen? Es gibt auch noch einen Untergrund. Ich geh über Nick zum Abschuss frei. Was sind da eigentlich nochmal Slams? Die Haftgranaten mit Dingens, mit den Laser. Da hinten ist er? Ja. Ey, wer schießt denn da? Okay, okay. Oh, verdammt. Okay, es ist Shadow. Es ist Shadow. Hä? Ja. Okay, Nick, ich lass dich. Okay. Komm, geh auf mich drauf und flieg dann mit dir weg. Und dann fliegt in den Teppich. Die Toten sind jetzt sch... Ich halte jetzt die Klappe, verdammt nochmal. Oh nein, warte, was passiert jetzt? Sind das jetzt Schüsse oder sind das die Scheißobjekte, die die... Also von irgendwo schießt aber auch einer. Ja, dann ist doch Schluss, ne? Die Klappe runter, die jetzt spinnt. Oh! Ich hab das! Oh! Einmal rum und reinkommen. Hä? Ah! Oh fuck! Ich hatte recht, Nick, ist es doch. Oh ne. Drei Traitor. Drei Traitor. Scheiße. Oh mein Gott. Pico, komm mal eben, wir clearn mal eben das Dach vom... Ja, 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 ja. Ah! Nein, nein! Was ist, was ist? Lebst du noch, Pico? 13 HP, 13 HP. Okay. Wir clearn das Dach. Vom Leuchtturm. Alles klar. Alles klar. Ich fahr mit'n Zug. Äh, mit'n Zugfahrt. Kleiner Hinweis, willst du das wirklich clearn? Na, ich gehe doch lieber hoch. Ich bin da drauf. Ich bin da drauf. Marc, gehst du da? Selber. Ja, finger. Wow, wow, wow. Ah! Fand ich jetzt nicht nett. Total Grenade, regel das. Oh nein, das Boot ist zu schwerfällig. Damit kann ich ihn nicht töten. Wo ist er? Wann das für Geräuschen? Ja, mit Shift auch schnell fliegen, das ist ja witzig. So kann ich keine Möwe sein. Dann kann man die Mikrowelle nicht einnehmen. Das war doch lustig. Die Katze ist rein zum Ding hinterher. Nein! Da ist noch ein paar Chicken Wings drin. Wo bist du? Wo bist du, ist hier die Frage? Der Ort hat eh gewonnen. Auf ihn mit Neid! Da sind zu viele Menschen tot, das heißt die Runde wird nicht gleich zu Ende sein, wenn die Zeit abläuft. Aber du wirst gewinnen. Ich sage, schau dann in der Mitte. Schau dann. Nö! Ich soll ins Wasser, ich bin tot. Ich ertrink. Wo bist du? Nimm mich mit! Smart! Nimm mich mit! Boah! Was? Wo warst du? Du feiger Hund! Unten? Jetzt geht er wieder den Turm hoch. Ach! Und jetzt kommt er da runter. Ich hab zwei Traitor fallen ausgelegt, die Bomben und den Turm und nix davon hat irgendwen umgebracht. Ja, ganz einfach, weil das Turm wird haben wir schon gehört, weil es keine Ahnung warum, aber es spackt immer rum. Okay. Und die Slams, die hab ich zwar auch erst sehr spät, aber ich hab sie gesehen und beide ausgeschaltet. Okay. Ja, damit hättest du mich fast ausgeschaltet, wenn ich da nicht bestand. Mein Glauben war dann, dass wir nach oben gehen, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ich hab nämlich da oben dann, hast du wahrscheinlich gesehen, Pico, eine Healing Station hingesetzt. Das war leider zu spät. Der Tefftum-Shadow hat gewonnen, er hat das Wort von Pistlich vom Turm. Ohhhh. Alter, wir sind elf Leute und Saga ist auch schon mit dabei. Ja! Und die Saga sagt, er hat alles, kein Pistlich vom Turm. Guck dir Saga, da spricht nie. Elf Leute. Du bist nicht Dana, du bist auch nicht Dana. Saga, wo bist du? Gehst du runter? Ich bin hier! Wo ist hier? Oh mein Gott, ein Ziegel. Der Zombie ist oben drin, Pico. Echt? Nee, gar nicht. War gerade oben drin. Saga! 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 Das ist krass! Das ist krass! Dana ist Delta, so ich leg mich wieder auf den Stein. Ja! Ich leg mich für dich! Ähm... Ich hab meinen Stein von hierher! Hast du mich geschossen? Nein, er hat auf mich geschossen. Ich hab auf niemanden geschossen! Nein! Oh! Wow! Wow! Wo ist er? 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 Wo ist die Leiche? Komm direkt hoch! Wo gibt's Waffen? Ich will ne Waffe! Aha! Der Smiley hat mich getroffen! Wer... Wer hat jetzt da getötet? Gehabt? Auah! Ich hab Smiley umgebracht! Wo ist seine Leiche? Aua! Entschuldigung! Sana war ein bisschen verletzt! Bin vom Berg gefallen! Okay! Wo ist Miley's Leiche? Das ist bei ihr sehr glaubwürdig! Hey! Ihr muss doch da irgendwo liegen, die Leiche! Ah! Metakiller, Metakiller, Metakiller! Ja! Wo ist Miley seine Leiche? Die liegt neben dem Haus auf dem Steak! Liegt im Haus auf dem Steak? Auf dem Steak? Hallo Toasty! Hallo Pingu! Hallo! Hallo! Hi Sana! Hi! Guck mal ich hab Geschenke! Geschenke? Warte, warte! Da! Sie ist Santa! Wo ist mein Geschenk? Wo ist mein Geschenk? Kann man ins Wasser? Kann man schwimmen? Hallo! Hallo! Hier liegt Smiley! Ja, wer liegt hier? Agent wahrscheinlich! Hier Smiley! Neben dem drückende Boot! Er hat mich angeschossen, also hat Midnight ihn getötet! Au! Mein Rücken! Au! Heute kann ich Sachen wegwerfen! Habe ich dafür Freude dran! Wie holt man auf sowas eigentlich nochmal Coins raus? Weiß es nicht! Ich glaube angucken reicht! Jo, ich muss mal reingucken in die Leiche! Wow, was war das denn? Ich hab auf so'n Explosionsding geschossen! Ich hab so'ne Discombo-Fixer! Fahrrad! Hier ist ein Fahrrad! Yay! Hallo Smartpool! Fahrrad! Fahrrad! Das war ne Discombo! Das war ich! Ja, und jemand hat ne... Pingu bist du Traitor? Ja! Das Fahrrad will einfach nicht im Wasser bleiben! Hallo! War grad ein bisschen doof! Erwin und Pingu stehen hinter mir! Ja! Und der Deal? Ich hab's ja gar nicht gesehen! Warum ist das doof? Wenn wir zu zweit sind, ist es ja gut! Nein! Es können beide Traitor sein! Ja ok, können! Muss aber nicht! Ok, Pingu hat eh noch ne Pistole! Also das ist ja keine Gefahr! Echt? Dann will ich ne andere Waffe! Ich will ne Gefahr sein! Ich will ne Gefahr sein! Du kannst Scrum auch hinter! Dann siehst du die letzte Waffe! Ihr habt alle andere Waffe! Sogar Soda! Geh weg! Geh weg! Mensch! Deine Güte! Vinka! Drück mal 3 und dann linke Maus lasse! Ok! Geh weg von mir! Oh ok! Danke! Ich will dich doch was! Ist die Gefährlich, Sana? Ist die Gefährlich? Bei Shadow? Ja! Darf ich auch den Leuchttur? Ja, okay! Los! Weil ich die Shotgun haben wollte! Ist so! Weil Shotgun cool und so! Ich will auch die Shotgun! Hallo Toastmode! Hallo Toastmode! Hallo Toastmode! Hallo Toastmode! Meta, vorsichtig! Vorsichtig, Meta! Wow! TeamSpeak die ganze Zeit live! Lass mich raus, Meta! Lass mich raus! Geht mal hier runter! Vorsichtig, Meta! Ah, es gibt ne Treppe! Treppe ist zu einfach! Wer ist aufgeklatscht? Wer ist aufgeklatscht? Ich hab nur was aufgeklatscht! Wer ist aufgeklatscht? Wer ist aufgeklatscht? Dana? Dana! Wow! Hi Shadow! Warum? Wenn jemand runterfällt, warum muss ich es gleich sein? Sana war es! Sana Traitor! Nein, ich liebe Sana! Sana ist nicht Traitor! Und wer ist jetzt gestorben? Warum? Weiß es nicht! Wer ist tot? Vollgemacht, Pico! Warum blutest du? Pico! Weil du mich darunter geworfen hast! Nein, du bist gegen mich gelaufen! Ja, genau! Hallo! 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 Pico? Ja? Obachte dich! Hallo Pico! Wo? Achso, hallo! Hallo! Huiii! Hier! Ein Stein für dich! Oh! 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 Sana, sehr gut! Wer lebt noch alles jetzt? Oh nein! Hallo Erwin! Hallo! Warum kriege ich Schaden? Warum habe ich Schaden gekriegt? Hallo Pico! Weil du zu weit ins Wasser rausgegangen bist! Wir fressen dich keine Fische auf! Oh scheiße! Tut mir leid! Okay, wer war das? Toast, ne? Toast of Traitor! Ja, total! Nein, bin ich nicht! Hallo, du hast mich getötet! Hallo! Pingo! Du redest im Spiegel! Pingo! Pingo ist tot! Ja! Und ihre Leiche! Im Wasser! Im Wasser! Im Wasser! Nein Pingo! Nein! Wo denn? Kannst du nur! Oh Gott! Wow! Dana! Ah? Bist du Traitor? Nein! Hast du geschossen? Nein! Nein! Bin ich sicher! Wer zieht auf mich? Pingo, du bist mal kurz in die Feine und redest mal kurz! Nochmal! Weil ich glaube, du hast einen Steam-Auto-Spracherkennung dann! Was versuchst du da gerade? Hi Pingo! Hallo! Ich bin jetzt mal gegen YouTube! Hallo, Meter! Ich kenne mich schon als böse! Lebt mit! Ich überlege nur! Ich glaube, du kannst nur als Traitor Leute an die Wand hängen! Achso! Hier liegt eine Leiche! Hier liegt eine Leiche! Was ist eine Leiche? Wo Leiche? Ich bin dafür, dass Smart ein Traitor ist! Warum bin ich Traitor? Hä? Das ist weibliche Intuition! Okay! Da kann ich nichts gegen tun! Dana hat sie Morin! Ich geh mich dann umbringen! Okay! Wie der Volk! Ich geh mich auf! Dann hab ich immer noch was von! Ist gut für den Rücken! Ja! 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 Ja, du ist tot! Oh, Shadow ist tot! Wow! Ey Pingo, du hast in Steam automatische Spracherkennung, der und alles was du tust! Eh? Ich hab Pingo! Okay, ich hab nichts reingemacht. Boah, der ist ganz hergestoppen. Hallo, den hast du geschossen. Oh nein, Sana ist tot. Sie ist gleich von Sana. Wer lebt jetzt noch? Ich, ich bin noch da. Wir machen das einfach so, alle Traitor stellen sich freiwillig an eine Wand und vergeben Headshots und machen das kurz und schmerzlos. Das hört sich wohl an. Meine Möglichkeit. Kling nach im Plan. Oh, Meta, warum bist du denn verletzt? Bin mehrere Male irgendwo runtergesprungen, bekanntlicherweise. Ich hab auch jedes Mal Bescheid gesagt. Okay, wenns weiter nichts ist, klingt so verdichtig. Was? Wow. Das kann man bestätigen. Das kann man bestätigen, in der Tat. Okay, Meta, komm mal mit. Warum sollte ich? Der will dir einen echten Hasen zeigen. Schnapp den Leicht und komm auf den Leuchtturm. Okay. Ich will auf den Leuchtturm. Okay, hallo. Wer auch immer die Leuchtturm von Nick trägt. Und da kommt, äh, Meta. Meta nimmt Sana mit, okay. Meta. Hm? Ich hab Angst. Kaputt. Du Arschloch. Oh, Shadow liegt im Aufzug. Na, hoffentlich hat das gebütlich. Meta. Holy moly. Ich hab mich ertrocken. Hey, hey, hey. Hey, hey. Geh jetzt mal bitte aus mir raus. Ich mag das nicht. Hallo. Hallo Meta. Was, was, was hab ich? Warte. Ah, nein, jetzt bin ich wie ne Runde voll enttäuscht. Guti, Meta. Geh weg. Ich hab Angst vor dir. Geh weg. Ich hab gesagt, geh... Wohohohoho. Geh weg. Tu dir nichts. Ich komme unbewaffnet zu dir. Was erwartest du von mir? Kacke. Ich hab trotzdem Angst. Ich hab Angst vor meinem Leben. Du weißt, wo ich wohne. Na, das stimmt auch wieder. Hütti. Hä? Warum hab ich... Jetzt... Ich hab ne Schockgun. Ah, ich hab ne Schockgun. Wow. Ich hab ne Schockgun von dem Detektiv. Darf ich tasern? Ich will tasern. Äh, Pico, warum hast du Schaden? Weil ich zweimal runtergefallen bin. Achso, okay. Weil ich es auch erwähnt. Ich bin dafür, wir treffen uns alle draußen und ich darf jeden einmal schocken. Okay. Stopp. Ich will schocken. Wer hat geschossen? Hallo, ich hab Schaden bekommen. Ich hab geschossen. Ich hab nen Schocker. Oh. Oh, Smart, 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 Smart. Das sieht zwar lustig aus. Lol. Okay, jetzt lass mich weiterarbeiten. Ja. Ah, fuck. Wir haben mich direkt zu Anfang schon erschossen. Was zur Hölle? Gibt's keine automatische Zeitverlängerung? Nö. Nein, aber Smart, wie du Eiskaltzahlerung gebracht hast. Habt's doch schon Netzzerunde nicht. Bam. Wer war's? Ich muss mit Mankey sprechen. Das ist unglaublich, dass wir das nicht drin haben. Wird grad als Stein lassen. Ich bin eigentlich nur gewöhnt, dass wir ne automatische Zeitverlängerung haben, wenn jemand gestorben ist. Ja, das ist doch mega nice damit. Deswegen hab ich jetzt zu lange gewartet, weil ich dachte, okay, Zeit läuft ab, wir sind genug gestorben, ich hab noch Zeit. Hallo? Wer war's? Wer war's? Wer ist Kummer geworden? Das war einfach mein Fehler. Ich hab einfach ausgenutzt, dass meine Schwester schon so viel Schaden hatte. Ja. Ich hab mit der Glocke in den Rücken geschossen. Ja. Ich war halbtot. Tossi. Lass mich durch. Ich hab keinen. Ich hab ne Diegel. Wow. Ich bin Inno. Ich hab ne Schrotzplinte. Ich möchte eine Schrotzplinte. Ich hab ne Schrotzplinte. Ich hab ne huge wow. Miko, streamst du jetzt eigentlich inzwischen? Nein. Noch nicht, ne. Noch nicht, noch nicht. Ich will ne Schrotzgarn. Lass wir ein bisschen einspielen hier. Meta steht hier oben. Meta, was tust du? Meta, was tust du? Meta, was tust du? In mein Menü. Ey. Da in dein Menü. Das kann ja mal was sein. Wo? Ich bin angegriffen. Wow. Was ist da grad passiert? Er hat mich angegriffen, weil ich in mein Menü rumgespielt habe. Ich habe das als Aggression gewertet. Sehr stark. Er singt, ja? Wer ist hinter dir? Ich beobachte dich. Ach, Shadow. Ich beobachte dich jetzt auch. Pingu steht immer noch in der Gegend rum. Ja, Pingu weiß grad nicht, dass sie... Hä? Warum sagt ihr mir nicht, dass es weitergeht? Das Pingu ist im Voice Chat. Ja. Sie hat auch... Ich weiß nicht, was das ist. Man hört dich im Spiel. Ich mach mal grad Voice Chat. Ja, dann sag nur, wie man's ausmacht. Ich schalte. Ich glaub, du... Hey! Mikrofon deaktivieren. Alter. Was würde ich machen, wenn du tot bist? Was sonst... Hier liegt ne Leiche. Hier. Es war... Ah, Pico. Mit ner Sniper. Bestimmt vom Turm. Sorry, Marco. Äh, Voice Chat hätte eigentlich, äh, Taste X... Kommst du immer auf X oder so? Wir sind ja hier grade aus dem Turm rausgelaufen. Aber auch. Keine Ahnung. Hm, Ikke war's von hinten. Und Erwin hat ne Sniper. Metakill hat den verloren. Nein, war mir schon noch leicht aufgehoben. Wie gesagt, Smartpool hat mich angegriffen, als ich grade bei meiner Lautstärke rumgespielt habe. Äh... Hier liegt noch wer? Das ist auch ne Mal. Smiley mit ner Schrotflinte. Dort im Metakill, dass wir nicht leben. Hört mir eigentlich niemand zu? Nein. Dann musst du auch nicht nachfragen. Ich hab's dir dreimal erklärt. Ja, aber die anderen sind lauter. Ihr gewinnt das Rechtes. Ich war in meinem Menü, habe in meiner Lautstärke rumgespielt und Smartpool hat auf mich geschossen. Sag das doch. Sag das doch. Sag das doch. Ich bin sicher, dass du mit einem Lautstärke rumgespielt hast. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich so besser? Hört ihr mich so besser? Der Fahrstudio ist kaputt. Ja gut, ich nehm das meins. Nein. Der Fahrstudio war einfach gerade oben. Nach oben gefahren. Deshalb. Hier ist der Detective, also bleib ich bei ihm. Dana? Ne, das ist Shadow. Der Detective ist runtergegangen. Dana? Äh. Der Detective ist Pingu. Ich glaub Toast will mich schon wieder schlagen. Nein! Du hast das gemacht. Oh du willst du sch... Wir sind klar. Lass mich durch. Dana ist... Was ist Dana? Sie ist Heiter. Oh, wirst du es wissen? Hast du die Weiße? Ich wollte runterlaufen und sie hat eine Granate geschmissen. Dana redet auch nichts mehr. Sie hat sich stumm gemacht und ich glaub sie weiß es nicht. Oh, wie ein Slimey. Ja, schön, dass sie dir das sagt. Pingu! Pingu! Ich hab ein Geschenk für dich! Hier! Ich erschieff dich gleich. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich Es tut mir gerade basta. Ich füli.